Hausstädter Hausstamm, der Nähehafsler liegt vom Davion II Armeos in Neustadt an der Dosse, hat er 8,5 für die Wittigkeit erhalten, auch die Endnote für die Dressur, ab 5 insgesamt, da 117 Punkte. Und dies ist natürlich ein Stamm, der es in sich hat, der ist da, ich weiß nicht, ob er seit E. und E. Reutz auch ist, Josef, seit 1882, steht hier, so alt bist du ja noch nicht, du bist ja mein Jahrgang, aber etwas später geboren, 50er Jahrgang, der ist der ganz Gute, hieraus aus diesem Stamm, London Return, OLD vom Lifestyle, diese super vielseitigen Katzpferden von Ida Tappken oder auch die herrlichen Pizarro von Placido, Espresseur Volkreich mit Sabine Gerest. Und diese Spitzensöhne können wir uns doch alle gut daran erinnern, wie in extenso Dona V. Carpe noch, dem Konfederate. Und dann ist die Siegerfamilie, der Schau der Besten, die eben noch in den Wieser-M-Sahlen zu Ollenburg abgehalten, aus dem Haus Grafmann, uns auch allen noch gut in Erinnerung. Die Hummelin, die passt sehr schön zu diesem, na, sehr viel Aufsatz und da, sehr viel Männlichkeit da, im Typus, na, vorgetragenen Lexikon. Einmal, ein Schau. Einmal, ein Schau. Ha, ha, Junge. Ich wollte gerade ansetzen, aber ein sehr geregelter, feiner Schritt. Wurde auch aus dem Vorhands-Gürtel gebracht. Auch mehr in die Tiefe und Lobby mal. Lin, Lin Larsson. Du verstehst doch gut, ja, Plattdeutsch, ne? Ja. Bist doch schon länger hier. Gut. Sehr schön. Komfortabel, diese Tümpräger. Dankeschön, Lin, für Lexikon. Ja, wir werden heute richtig versorgt mit neuen Elementen, mit Naubitäten. Und zwar Zukunft und Hoffnung des Wolfsburger Landes. Im nächsten Mal doch mal das Tor aufbauen, Herr Augustin Johannes. Also, Lexikon. Mit der Johann Schwenen in einem perfekten Vortrag. Matthäus. Vielen Dank. Vielen Dank.